Jooo, Hi Leute! Willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier heute ein ganz kleines Horrorspiel zusammen mit dir. Nein, niemanden. Der hat sich wahrscheinlich wieder die Hose machen wollen. Nein, niemanden. Ich kenn das jedenfalls. Ich weiß. Das bestehen wir nicht. Und auch viel sind praktisch. Ich glaub, wir gehen jetzt mal. Das ist richtig. Ja, ne, ich weiß es leider auch nicht. Das ist auf jeden Fall, äh... Würde ich da mal sagen, äh, Englisch nehmen wir aus, ne? Aber sie soll nicht zurückgekommen. Sie soll nicht... Ich kann nicht zurückgekommen. Sie können doch nie rein. Ich kann sie zurückgekommen. Meintel Hospital 4. Ihr seht Alice... Meintel. Okay. Hast du das Horrorspiel? Nö. Boah. Aber, äh, bei Horrorspielen mach ich mir eigentlich nicht mal wirklich in die Hose. Hast du das mal in die Hose gemacht? Boah. Boah. Nein. So, okay. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, es geht los. Ey, halt doch den Maul. Ja, sorry. Bin ich auf dem Genasium und bist du so auf dem Genasium? Ich? Ja, bin ich auf der Reis schon? Ja. Oh, das Telefon klingelt. Oh, das Telefon klingelt. Wo ist das? Wo ist das? Hä, hol kurz zu mir. Was? Wir haben gut zu spät an. Ich hab das Telefon noch ausgeschaltet, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ich komme. Verdammt. Verdammt. Ah, ich hab irgendwie langweilig. Ich hab hier noch was spielgesprungen. Oh, ich hab das Telefon. Ich hab hier noch genug. Ich hab ein Handy ausmachen. Ich hab das Telefon. Einen Trafen. Einen Trafen. Einen Trafen. Einen Trafen. Oh, ich hab das Telefon ertränken. Aber nicht auf dem Boden. Hier ist es bestimmt auch nicht mehr lesen. Ich steig gleich noch. Ich kenne mich noch nicht mehr. Wie geht's denn jetzt da dran? Da oben ist noch ein Knopf. Wie geht's denn jetzt da dran? Boah, in der Ecke. Wie geht's? Ja, toll. Hä? Alter, ich kenne die Nerven zusammen. Hä, wie geht's denn jetzt da dran? Hä, wie geht's denn jetzt da dran? Doch, das stinkt doch sogar. Ja. Und hier wird es laut. Und hier wird es laut. Und hier wird es laut. Da war jetzt eine Hand. Okay. Ach, da ist ein Punkt in der Mitte. Yeah, speaking. Ah, ein roter Kreis. Okay. Ich entschuldige mich für diesen späten Anruf. Aber es ist sehr wichtig. Entschuldigung. Wer bist du? Ja, wir haben halt einen Job frei und so. Guck einfach mal eine E-Mail. Ich warte auf dich. Nicht so. Schlechter Signal. Oh. Ich check your mail. Schlechtes Signal. Huch, was war das gerade? Du. Nein. Er hat das Handy hingelegt. Glaub ich. Guck doch mal auf den Fernseher. Warte mal. Warte mal. Okay, ist gerade die ganze Zeit hoch geworden. So, wo war jetzt... ...mein Laptop? Den haben wir doch vorhin gesehen. Nein. Ich habe sogar einen Startraum. Hä? Ich bin auch sogar im Startraum. Alter, ich... Was ist die... Also ich habe das Gefühl... Ich weiß... Ich habe so das Gefühl... Was? Da waren wir schon. Ja, vielleicht am Anfangsraum. Äh, dass das hier sogar... ...nicht nur einpaart wird. Das habe ich jetzt aber... Das habe ich jetzt aber... Heißig. Das ist doch irgendwie von... Wie heißt das Spiel? Da... Mit der Hand. Da... Eis. Der Horrorgame. Hier. So. So. Und Start hier in der Grund finde ich auch. Oh, das ist von uns. Es scheint eine sehr lange Zeit her zu sein, dass ich hier geschrieben habe. Aber manchmal... ...muss man das tun. Du bist einer von wenigen... ...wer Interesse an diesen Job... ...in dem Sand Peters... ...hospital... ...krankenhaus... ...zeit. Mit einem Mädchen namens Alice. Sie ist... Sie ist... ...warte... ...ähm... ...ja, ich brauche dich halt. Es ist gefährlich... ...darüber zu schreiben. Deswegen... ...komme diese Nacht... ...zum Sandmias... ...Marias... ...Marias... ...ähm... ...nein... ...das ist nicht... ...das ist so eine Psycho... ...zeugs... ...so eine Psychiatrie genau... ...so... ...komm nicht zu spät... ...die Time... ...die Zeit läuft... ...genau... ...ich rate... ...für die Leute... ...komm... ...ok... ...muss man natürlich... ...kamera suchen... ...wicht der... ...wacht... ...ohne Batterie... ...das ist... ...ok... ...und... ...ich glaube ich... ...sammel jetzt erstmal die Batterie... ...ok... ...die Steuerung... ...die ist... ...bewohnungsgeduldig... ...die... 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 insky... ...die... ...die, ...se ...komm, wir jetzt... ...rausen... ...frå... ...schick... Warte mal, ist das hier ein Aufzug? Oder nee? Ja, ich weiß nicht. Oh, hier geht's raus. Haha, hier geht's raus. Lodi! Okay, in diesem Spiel ist es schon ein bisschen schwer. Wie lange nehmen Sie denn auch bitte die Frage? Ich glaube, wir nehmen 15 Jahre aus. Wir nehmen gerade mal... 17 Minuten? Ach du, das war ja schnell, was ist denn? 17.03. Wir haben keine 17 Uhr. Wir haben schon 17.12. Ach, warte, was labere ich? Das ist nicht anders, als wir meinen. Guck mal, da kommt das Neues auswählen. Oben. Ah, noch die Cam. Ja, das ist die Kamera halt auch. Okay, jetzt beginnt's erst. Ja, ich hab das Gefühl, ich glaube so, dass es irgendwie so ähnlich wie Outlast. Okay, das ist ein brutales Bild gewesen mit der Sonne da. Ja, ich hab das gesehen. Ach... Ja, nee... Witzig. Da, jetzt könnte man... was nehm ich jetzt einfach mal... es scheint nicht und und ja jetzt auch auch in der Ruhr das erste Mal das das war da wirklich genau und 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6